Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Helle Taschenlampen at Night. Ich stelle heute die Lumintop PK30 mit maximal 600 Lumen vor. Die Lumintop PK30 bietet eine stufenlos regulierbare Helligkeit zwischen 21 Lumen und 600 Lumen. Hier in der höchsten Leutstufe. Wie man sehen kann, ist das heute etwas arg neblig. Aber die 600 Lumen durften deutlich erkennbar sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier noch einmal die Modi im Vergleich. Der High Mode mit 600 Lumen. Und Low mit 21 Lumen. Die PK-30 besitzt darüber hinaus zwei versteckte SOS- und Stroke-Modes, die durch eine schnelle Drehung des Magnetringes aktiviert werden. Hier noch einmal Low mit 21 Lumen. Und High mit 600 Lumen. Hier noch einmal Low mit 21 Lumen. Hier noch einmal Low mit 21 Lumen.